Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr besser Schach spielen wollt, seid ihr hier bei mir genau richtig. Und heute, zum Jahresabschluss, möchte ich mich erstmal ganz herzlich schon mal bedanken. Für euch alle, für eure Unterstützung. 3000 Abonnenten mittlerweile. Da kommt noch ein spezielles Special. Aber ich habe ein kleines Highlight für euch. Und zwar möchte ich mit euch heute zurückblicken auf den ersten Panda Cup. Und euch ein paar lehrreiche Momente zeigen. Denn darum geht es mir. Ihr sollt bei mir was lernen. Der Panda Cup. Einen kleinen Pokal, den ich hier organisiert habe. Auf Leaches. Und die Teilnehmer waren fast alle im ähnlichen Bereich. So zwischen 14 und 1600. Manche ein bisschen drunter. Ich habe nur kommentiert, wir haben hier längere Partien gespielt. Mit 15 Minuten plus 10 Sekunden Bedenkzeit. So, dass man wirklich am meisten lernt. Und die Leute auch wirklich Zeit haben. Und das würde ich euch auch empfehlen. Wenn ihr besser werden wollt, spielt vor allem längere Partien. Ich möchte erstmal nochmal einen ganz herzlichen Glückwunsch sagen. Eine C-Sack42, der hier mit 5 aus 5 souverän gewonnen hat. Yoshi Christ mit 4 aus 5. Zweiter Platz und ebenfalls 4 aus 5. O, B, 16. Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Und in diesem Video möchte ich euch die Partien vom Turniersieger zeigen. Und da einfach mal ein paar lehrreiche Momente. Damit ihr solche Fehler vielleicht nicht macht. Die da in den Partien passiert sind. Und das sind typische Fehler, die auf diesem Niveau eben passieren. Wir schauen rein in die erste Partie. C-Sack hier mit Weiß gegen den Cireza. Wir haben hier so eine Art Pirk-Stellung auf dem Brett. Ich möchte hier auch gar nicht auf jeden Zug eingehen. Ob das jetzt Theorie ist oder nicht, das ist hier völlig egal. Öffnungen sind nicht so wichtig. Hauptsache hier kommt erstmal eine spielbare Stellung. Das passiert hier. H3 wird rausgetauscht. Und jetzt, ja in so einer Stellung, muss Schwarz irgendwann das weiße Zentrum angreifen. Das weiße Zentrum ist hier das ideale Zentrum. Und man kann diese Öffnung nur so spielen, wenn man das Zentrum irgendwann angreift. Und dafür gibt es zwei Züge. Entweder E5 oder C5. Der kleine Nachteil bei E5 ist immer, dass man seinen eigenen Läufer einmauert. Deswegen ist der tendenziell bessere Vorstoß C5. Damit man dann den D4 hier bekämpft und versucht auch seine Läuferdiagonale frei zu bekommen. Und deswegen wäre es hier ein vernünftiger Plan gewesen, vielleicht erstmal zu rochieren und dann C5 zu spielen. Man kann ja auch erst C5 spielen, aber so eine Rochade ist oft einfach eine Nummer sicherer. Und hier macht jetzt Schwarz einen Zug B6, den ich nicht so ganz verstehe. Vielleicht wollt ihr ja C5 unterstützen, aber auf C5 möchte man sowieso hier mit dem Springer wieder nehmen. Den muss man nicht vorbereiten. Und jetzt seid ihr schon mal dran. B6 macht sofort eine taktische Idee auf für Weiß. Haltet mal das Video an und versucht mal durch diesen Zug B6 herauszufinden, was hat Weiß jetzt für eine taktische Möglichkeit. Haltet das Video an, ich werde es euch verraten. Und zwar, eben gerade hat Weiß ja hier auf F3 wieder genommen mit dem Läufer. Und wenn man das jetzt erkennt, macht B6 diese Diagonale auf und dann sollte man so schnell auf diesen Zug E5 kommen. Der sowohl den Springer angreift als auch den Turm und der hier Material gewinnt. Weiß hat es nicht gesehen, erstmal rochiert. Schwarz spielt jetzt C5. Jetzt kommt er, das ist zumindest konsequent. Aber jetzt sieht es Weiß, E5 und schaut immer die Folge an. Weiß gewinnt hier hinten die Qualität. Greift jetzt den Springer an und jetzt rochiert Schwarz und verliert eine weitere Figur. Jetzt hat er hier den ganzen Turm weniger. Und schaut mal auf die Zeit. Und das ist jetzt hier ein ganz wichtiger Moment. Schwarz hat hier 15 Minuten und 16 Sekunden. Und wir spielen hier 15 Minuten plus 10 Sekunden. Das heißt, er hat im Durchschnitt weniger als 10 Sekunden pro Zug überlegt, denn er hat mehr als vorher. Und ich habe extra diese 15 Minuten Partien gewählt, damit es nicht so ein Blitzbattle ist. Damit hier nicht so eine Einsteller passieren. Und deswegen ist das hier die erste große Lehre. Nehmt euch die Zeit. Wenn ihr eine Partie mit 15 Minuten spielt, dann blitzt nicht. Spielt tendenziell schnell, aber nehmt euch die Zeit. Und insbesondere so eine taktischen, ja, das ist jetzt im Prinzip hier ein taktischer Fehler. B6, erstmal bringt es nichts, weil C5 sowieso vorbereitet ist. Und es macht einfach hier taktische Ideen auf. Also, das ist hier die erste Partie gewesen. Durchaus ein lehrreicher Moment. Wir schauen uns die zweite Partie an. Der C-Sack hier mit Schwarz gegen den Noah. Magisch, der mit 1220 hier ein gutes Turnier gespielt hat. Eigentlich deutlicher Außenseiter war. Caro kann. F3. Kann man vielleicht durchaus machen. Ich würde jetzt vielleicht diesen Bauern gar nicht tauschen, denn, naja, dieser F3, der steht weiß auch so ein bisschen im Weg. Da kann er nicht Springer F3 spielen. Tendenziell schwächt er sich hier mal. Und das ist eben durchaus eine Idee, dass man sagt, ich besetze mit E5, 4 das Zentrum und entwickle mich jetzt mal weiter. Schwarz tauscht hier raus. Das ergibt zumindest Möglichkeiten für Weiß, sich ein bisschen einfacher zu entwickeln. E5, Springer F3, Läufer G4. Läufer E2, kann man alles machen. Ein bisschen passiv aktiver wäre vielleicht sowas wie Läufer C4. Aber jetzt tauscht Weiß hier raus. Er schwarz hier raus. Weiß nimmt wieder. Springer D7. Ja, jetzt hier hat Weiß sicherlich einfach bequemen kleinen Vorteil mittlerweile. Besser entwickelt. D3, kann man machen. Springer F6, Läufer E3. Ja, kann man auch machen. Läufer B4, Dame D2. Weiß möchte lang rochieren. Durchaus eine Idee. Schwarz rochiert kurz. Ja, und wenn man sich jetzt schon so aufgebaut hat, kann man hier sich durchaus jetzt überlegen, lang zu rochieren und dann hier mit G4, G5, Türme hier hin und mit den Läufern zusammen hier anzugreifen. Das hat hier Weiß vorbereitet. Und jetzt spielt Weiß einen Zug, der hier nicht wirklich ins Konzept passt. Und zwar spielt jetzt Weiß hier D4. Und das möchte ich euch jetzt hier wieder mitgeben. Das finde ich ein sehr lehrreicher Moment. D4 öffnet die Stellung. Warum? Wenn ich entweder tauscht hier schwarz oder weiß tauscht danach, es öffnet auf jeden Fall was. Und tendenziell sollte man die Stellung, ja es gibt eigentlich zwei Gründe, sie zu öffnen. Und möglicherweise das Läuferpaar. Ja, das könnte eine Idee für Weiß sein. Aber es hat vor allem auch was mit Entwicklung zu tun. Und zwar sollte die Seite, die besser entwickelt ist, die Stellung öffnen. Denn Entwicklungsvorsprung kann man nur nutzen in offenen Stellungen. Und Weiß ist hier schlechter entwickelt. Weiß hat noch nicht rochiert. Schwarz hat schon rochiert. Und das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist die Bauernstellung. Schaut euch mal an. Nehmt ihr Weiß mit der Dame wieder. Jetzt hat hier Weiß einen isolierten Bauern. Ohne Grund. Und das ist ein anderer Nachteil. Deswegen ist D4 hier einfach keine gute Idee. Und schaut jetzt. Läufer B6, Dame B6. Tauscht Weiß hier raus. Spielt noch einen Damenzug. Und schaut mal an. Schwarz ist jetzt komplett entwickelt. Hat die Dame draußen. Hat die Türme schon aktiv gestellt. Und Weiß hat jetzt keine richtigen Angriffsziele. Hat hier nur diesen isolierten Bauern. Und es ging jetzt hier noch so eine Weile weiter. Ich mache das mal ein bisschen im Schnelldurchgang. Jetzt geht nämlich Schwarz auf diesen isolierten Bauern hier drauf. Spielt das sehr geschickt. Tauscht die Türme und gewinnt jetzt diesen isolierten Bauern. Und das war fast eine Folge aus der Eröffnung. Klar hätte das Weiß noch verhindern können. Aber die Folge, dass dieses Spiel für Schwarz so einfach war. War eben die Folge von der Weißen Entscheidung hier D4 zu spielen. Also in so Stellungen. Weiß hat ja auch die Lange auch hart. Es ist einfach auch nicht konsequent gewesen. Das ist noch die andere Sache. Wenn ich hier Läufer E3 spiele. Und da mit E2. Dann will ich Lange auch hier angreifen. Das ist ja okay. Und D4 ist dann einfach nicht sonderlich konsequent. Wir schauen uns die nächste Partie an. Und hier hatte der C-Sack großes Glück. Er hat hier gegen einen meiner Schüler gespielt. Und der spielt den Stonewall. Da hat zum Beispiel auch der Orca gute Videos drüber gemacht. Das ist eine unangenehme Waffe der Stonewall. Wie funktioniert das? Die Zugreinfolge ist gar nicht so wichtig. Das Entscheidende ist, dass Schwarz hier diesen Aufbau macht. Und naja, Stonewall, die Steinmauer. Das ist einfach schwer zu durchbrechen. Insbesondere, weil E4 nie richtig gehen wird. Und Schwarz steht einfach hypersolide. Es ist nicht ganz so einfach dagegen zu spielen. Tendenziell kann Weiß hier spielen am Damenflügel. Und versuchen das aufzureißen. Oder man kämpft vor allem natürlich auch um dieses Feld. Das ist ja ein schwaches Feld. Da möchte man möglichst gerne einen Springer und noch den anderen Springer als Unterstützung haben. Und dieses Feld mit dem Springer am Ende besetzen. Schwarz hingegen wird versuchen auch dieses Feld zu besetzen. Und wird versuchen hier vielleicht auch mit dieser Unterstützung anzugreifen. Das Zentrum ist geschlossen. Da kann man durchaus an den Flügeln angreifen. Und Weiß spielt jetzt hier C5. Und C5 nimmt Schwarz hier eine Menge Druck. Dieser Druck, den Schwarz hier hat, der sorgt dafür, dass Schwarz nie C5 oder E5 oder irgendwas hier im Zentrum öffnen kann. Denn sonst wird D5 sehr schwach. Und C5 nimmt jetzt den ganzen Druck. Und das solltet ihr euch sehr gut überlegen, ob ihr das tut. Weil jetzt hat nämlich Schwarz eine neue Idee. Schwarz kann jetzt E5 spielen und seinen rückständigen Bauern hier knacken. Also loswerden und seinen Läufer aktivieren. Das ist nämlich ein großer Nachteil noch im Stonewall für Schwarz, dieser Läufer, der sehr schwach ist. Also C5, einfach eine schwierige Entscheidung, weil jetzt weiß ich überlegen muss, wo er spielt. Läufer E2, Springer F6, H3. H3 ist der nächste Zug, den ich hier ein bisschen kritisieren muss. Denn, wozu? Wozu spielt man hier H3? Springer G4, wenn man vor dem Angst hat, kann man den erstmal kommen lassen und dann H3 spielen. H3, der schwächt hier diese Bauernstellung und das werden wir tatsächlich sehen. Also H3 ohne Grund hier zu spielen, wenn Schwarz sowieso später vorhat, hier anzugreifen, kann sehr gefährlich sein. Springer F6, Kreuz der Rochade, Springer E4. Schwarz spielt das hier sehr logisch. Und jetzt tauscht hier weiß. Und das ist ein weiterer, ganz wichtiger Punkt. Das ist jetzt im Prinzip fast eine Musterpartie hier von Schwarz für den Stonewall. Und ein Musterbeispiel, wie weiß es nicht machen sollte. Diesen Springer, ja der ist leider sehr unangenehm. Genauso wie ein weißer Springer, theoretisch mal da. Den muss man da stehen lassen. Den muss man leider stehen lassen. Vielleicht kann man den irgendwann, wenn man den Springer weggezogen hat, mal mit F3 vertreibt. Das geht jetzt aber auch schon nicht mehr so gut, weil man hier diese Felder so geschwächt hat durch H3. Und den muss man hier stehen lassen. Damit muss man leben im Stonewall. Dafür kriegt man typischerweise eben dieses Feld, aber das ist jetzt auch nicht mehr so einfach. Weil wenn ich da reinhopse, dann wird der hier getauscht und dann kriege ich eine Menge schwache Bauern vielleicht als weißer. Aber so ist das noch viel schlimmer. Denn, schaut euch mal an, dieser Bauer hier vorne, das ist immer ein sehr unangenehmer Bauer. Denn der vertreibt diesen Springer und das ist der Hauptverteidiger von weiß. Und wenn ihr jetzt mal guckt, hat weiß keinen richtigen Verteidiger. Und Schwarz hat diesen Läufer, hat die Dame, die kommt, hat den Turm, der kommen kann, hat nach E5 noch diesen Läufer. Und der Springer kommt, also alle Figuren, entweder sind sie schon da oder sie kommen. Und weiß kann schwierig Verteidiger ranholen. Der Springer, schwer, vielleicht so, so, der kommt nicht ran. Die Dame ist nicht so einfach ranzuholen. Und das ist ja eine sehr unangenehme Stellung für weiß. Und insbesondere hat das hier halt auch noch die F-Linie geöffnet. Also so solltet ihr im Stonewall das nicht spielen. Springer D7, B4. Ja, weiß sagt, okay, ich deck den mal lieber. Gehe vielleicht mal irgendwann hier vor. Aber Schwarz spielt einfach weiter, da haben wir A4. Ja, und jetzt, wie gesagt, der E5, Springer F6. Das ist fast belebig, wie Schwarz das hier spielt. Läufer G4 verliert leider auch nur ein bisschen Zeit. Springer F6, greift den Läufer an. F3 versucht jetzt hier irgendwie ein bisschen was zu machen und aufzuknacken. Aber Schwarz hat darauf einen sehr starken Zug, und zwar Dame G3. Und jetzt seht ihr, das ist eine Spätfolge fast von H3, diese schwachen Felder. Jetzt droht Dame H2 Schach. Das kann weiß nicht zulassen, deswegen muss er mit F4 hier die Stellung zumachen. Aber jetzt fällt einfach der E3. Und jetzt hat Schwarz hier einen riesengedeckten Freibauern. Aber er muss aufpassen. Und das ist jetzt der Grund, warum Csack diese Partie deswegen gewonnen hat. Die Dame ist natürlich indirekt angegriffen. Deswegen wäre es jetzt hier eine Möglichkeit gewesen, hier einfach weiterzunehmen, um die Dame aus diesem Angriff rauszunehmen. Der Computer findet sowas zum Beispiel noch sehr schön, damit man wirklicherweise noch F4, noch mehr Druck gegen F4 hat. Und jetzt spielt hier Schwarz den, bereitet Dame G3 mit einer fiesen Drohung vor, aber kümmert sich nicht um diese Drohung. Und jetzt kommt Springer B3. Und jetzt hat Schwarz ein Problem. Nämlich nach Dame C3 fällt jetzt hier der Läufer. Aber Schwarz kriegt zwar jetzt noch einen Bauern, aber das hat Weiß am Ende dann nach Hause gebracht. Denn die Dame steht hier völlig ab vom Schuss. Läuferpaar. Und das ist ja einfach ein klarer Vorteil für Weiß. Und jetzt auch materiell. Aber ja, es war eigentlich ein Paradebeispiel von Schwarz, wie man den Zumwalt spielt, mit einem taktischen Fehler. Und deswegen auch hier wieder die Lektion Taktik. Macht Taktiktraining. Das ist das Allerwichtigste. Taktik, Taktik, Taktik. Wenn ihr sonst keine Zeit habt, für Taktiktraining 10 Minuten am Tag muss immer Zeit sein. Wir schauen uns die vierte Partie an. Und zwar spielt hier der C-Sack mit Weiß gegen den Säber. Kann man hier alles so spielen. Wie gesagt, ich möchte hier nicht so genau drauf eingehen. Und jetzt hier, ihr seid dran. B3. Ja, deckt den C4. B3, man will diesen C4 eh mit dem Läufer nehmen. Also B3 macht hier sowieso schon mal nicht so viel Sinn, weil ich den eh mit dem Läufer wieder nehmen möchte. Weil ich den gegen den Wickel. Na klar, den mit dem Bauern wieder nehmen kann auch mal ganz nett sein, um das Bauernsens rum zu stärken. Aber B3 hat einen großen Nachteil und verliert tatsächlich schon Material. Haltet das Video an und überlegt mal, was B3 für ein großes Problem haben könnte. Ich verrate es euch, es schwächt diese Diagonale zu sehr. Und Schwarz kann jetzt einfach mit Läufer B4, Dame A5, Springer E4. Er geht einfach voll auf diesen Springer drauf. Und Weiß hat keine Chance. Er kann den nur einmal, er kann den nur zweimal decken mit Dame und Turm. Und verliert dann dieser Figur jetzt. Also Läufer B4 hätte jetzt hier ohne Dame A5, hätte jetzt hier einfach die Figur gewonnen. Wir gucken mal weiter. Der A6, A6 ist jetzt auch, gefällt mir von Schwarz, auch unabhängig davon, dass er die Figur gewinnen könnte, vom Plan nicht so richtig. Er will jetzt hier vielleicht B5 spielen. Um das hier irgendwie, das gibt es tatsächlich so eine Stellung, wo man es mit B5 zumacht. Man muss sich halt allerdings dann um diesen Läufer kümmern. Okay, schauen wir mal weiter. Läufer G3, gut, kann man machen. Wäre immer noch der gegangen, Rochade. Wobei, ja, Läufer G3, so früh, oft spielt man den nach Springer E4 vielleicht. Aber den einfach so wegziehen, noch hat er hier Druck auf diese Fesslung. Ganz zu viel Sinn macht das auch nicht. Läufer D3. Jetzt tauscht Schwarz hier und spielt B5. Und das ist hier wahrscheinlich kein guter Plan. Denn Weiß kann jetzt einfach C5 spielen und legt hier diesen Damenflügel ziemlich lahm. Und jetzt hat Schwarz hier ein Problem, diesen Läufer. Das ist oft ein Problem in diesen Stellungen, wo Weiß hier so ein Triangel aufbaut. Aber das, darum kümmert sich jetzt Schwarz immerhin. Schaut mal an. B4, A5, Läufer A6. Das ist sehr konsequent. Geht dieses Problem an. Läufer C2. Die Stellung ist aber nicht so ganz so einfach für Schwarz. Denn er hat nicht so einen richtigen Bauernfall. E5 wird nie so richtig gehen, weil Weiß da echt gut drauf ist. Und er findet hier nicht so einfach einen Plan. Vielleicht sowas wie Läufer B5, A4 und hier so weiter vor. Aber es ist nicht so einfach. Er spielt jetzt Springer H5. Den kann man noch machen. Möchte den Läufer abtauschen. Weiß zieht ihn jetzt nach E5. Und jetzt kommt F6. Und F6 ist aber ein ganz kritischer Fehler. Aus verschiedenen Gründen. Und zwar, zum einen schwächt es diesen Bauern sehr. Es schwächt diese Diagonale sehr. Aber es gibt noch ein viel größeres Problem. Und zwar, das habe ich dann im Stream, als ich diese Partie angemacht habe, sofort gesehen. Dieser Springer, der hat kein Feld mehr. Und schaut mal, was jetzt passiert. Läufer D6. Tauscht den Läufer ab. Da, Springer B6. Und jetzt seid ihr dran. Taktik. Wieder Taktiktraining. Wenn man einfach das Motiv erkennt, dass der Springer kein Feld mehr hat, ist der Nächste zu klar. Es kommt nur einfach allein aus dieser Idee. Und ich habe da ein Video dazu gemacht, wie man sowas entdecken kann. Schaut mal nach ungedeckten Figuren. Ungedeckte Figuren sind tatsächlich ein gutes taktisches Motiv. Weiß hat keine ungedeckte Figur. Alle Figuren sind gedeckt. Schwarz, die Figuren sind auch alle gedeckt. Aber die Figur ist nicht gedeckt. Und da kann man sozusagen, hätte man auch auf diesen Weg dahin kommen können. Geht nämlich auch mit Läufer G6 zum Beispiel. Oder eben einfach mit G4. Schwächt zwar den König, aber gewinnt eine ganze Figur. Wie geht es stattdessen weiter? Läufer B3. Sonst auch ein logischer Zug auf diesen schwachen E6 drauf. Da mit D6. Turm E1, um aus dieser Festung hier rauszugehen und den Springer bereit zu machen. F5 macht endlich ein Feld frei für den Springer. Aber schwächt dieses Feld sehr stark. Und der Rest der Partie, da seht ihr jetzt einfach mal, wie große Schwächen Schwarz hat. Er zieht seinen Springer zurück. Turm C1 geht auf die nächste Schwäche drauf. Auf C6 deckt den. Springer F4 geht auf die nächste Schwäche drauf. Hier hätte man jetzt irgendwie was davor ziehen müssen nach D5, um zumindest diese Läuferdiagonale zu unterbrechen. Nach Springer D7 fällt jetzt hier der Bauer. Der fällt noch. Da mit B3 Schach. Und da mit F7 Matt. Das hätte natürlich jetzt alles nicht so forciert kommen müssen. Aber ja. Es war einfach von Schwarz nach Springer H5. Es war ja nicht so klar, einen Plan zu finden. Und deswegen diese Stellung mit B5. Natürlicherer Plan, wie ich hier finde, ist in so einer Stellung eher so ein Plan wie C5. Ein typischer Vorstoß in all diesen Stellungen ist irgendwann C5. Also zum Beispiel hier tauschen und sich dann C5 überlegen. Möglicherweise auch B6 und Läufer B7 dann. Aber irgendwie hier dieses Zentrum angreifen. Okay, gehen wir weiter in die letzte Partie vom C-Sack. Und das ist wieder sehr lehrreich. Wir haben hier so eine Art Karokan. H3. G4. Das ist hier schon sehr verpflichtend. Und insbesondere, wenn man jetzt hier mit dem Springer weg geht, hat man nichts erreicht. Man hat seine Bauern geschwächt. Der Läufer steht eigentlich besser als hier. Hat eine schöne Diagonale. Schwarz hat keinerlei Schwächen. Und weiß, ja, wie gesagt, das wird sich auf jeden Fall als Schwäche zeigen. Springer F6. Einfach ein Entwicklungszug. Läufer D3. Möchte die Läufer tauschen. Okay. Tauscht Schwarz. Und jetzt, ja, den muss man natürlich jetzt mit der Dame wieder nehmen. Und schaut mal, was jetzt weiß macht. Den. Und das sollte man auf keinen Fall machen. Isolierter Doppelbauern sind mit der Schlimmste, was man haben kann. Die sind wirklich ganz furchtbar. Sie sind super schwach. Schaut mal der hier vorne an. Der ist ganz schwach. Schwer zu decken. Und wir werden gleich in der Partie sehen, dass es noch schlimmer kommt. Also hier schon mal die Lektion. Vermeidet das. Vermeidet. Versucht, isolierte Doppelbauern zu vermeiden. Ein Doppelbauern an sich ist jetzt nicht so wild. Ja, gerade. Ich habe auch ein Video über Doppelbauern gemacht. Da könnt ihr nochmal reingucken. Doppelbauern an sich. Man muss nicht zu viel Angst davor haben. Aber man sollte sich zumindest Gedanken darüber machen, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Aber so ein isolierter Doppelbauer, der ist eigentlich immer schlimm. Springer A6, Hochade, Hochade, Springer E5, Dame B4, greift die beiden Bauern an, Dame B3 und schaut euch das mal an. Der nächste isolierte Doppelbauer taucht auf. Ganz furchtbare Bauernstellung. Aber es kommen jetzt hier noch sehr lehrreiche Momente in der Verwertung. Turm D8. Und ja, hier ist das erste Mal die Chance jetzt für Weiß. Weiß hat hier tatsächlich ein taktisches Motiv. Versucht mal das Video anzuhalten und versucht eine taktische Idee hier für Weiß zu finden. Und diese taktische Idee ist so stark, dass es die Stellung eigentlich ausgleicht. Ich verrate es euch. Und zwar ist es jetzt nicht der ungedeckte Springer, aber es ist die Idee hier auf diesen Springer. Springer C6 funktioniert. Das ist eine hübsche Taktik. Deckt den, greift den an und wenn Schwarz den nimmt, kommt der. Und wenn Schwarz den nimmt, kann ich ihn noch weiter nehmen. Und wenn ihr jetzt mal guckt, habe ich die Bauernstellung jetzt ausgeglichen. Jetzt habe ich zwar immer noch diesen isolierten Doppelbauern, habe aber einen super aktiven Turm. Und kann sicherlich irgendwann gegen den Bauern hier gut spielen. Schwarz hat auch noch eine schwache Grundreihe. Und hier habe ich nicht mehr so große Probleme als Weißer. Er spielt stattdessen G5. Auch G5 in so einer Stellung, wenn man schon nicht jetzt hier das sieht, sollte man zumindest versuchen, seine Türme zu aktivieren oder irgendwie seine Springer nach vorne. Aber jetzt hier einfach die Bauern vorziehen. Schaut mal an, jetzt geht Schwarz nach hier und H4. Weiß, zieht ihr einfach seine Bauern voran? Hier spielt die Musik nicht. Hier passiert gar nichts. Springer F4 geht auf den Bauern drauf. Springer F3 stellt ihn einfach ein. Springer E5. Ja, jetzt hätte Schwarz zum Beispiel einfach den tauschen können. Und sagen können, ich habe jetzt meinen mehr Bauern. Und jetzt begeht aber Schwarz einen folgeschweren Fehler. Also es ist kein folgeschwerer Fehler, es hätte einer sein können. Springer B2. Auch hier seid ihr dran. Und einfach jetzt mal eine taktische Idee. Also habt ihr eine Idee? Was hätte jetzt Schwarz hier machen können? Haltet das Video an. Ich verrate es euch. Dieser Springer, das fiel mir hier sofort ins Auge und euch vielleicht auch. Der hat kein Rückzugsfeld mehr. Und deswegen kann man den jetzt hier wunderbar angreifen. Man muss sich einmal kurz diese Variante überlegen. Weil wenn ich den angreife und der wegzieht, dann kriege ich dieses Rückzugsfeld frei. Jetzt kann ich aber gleichzeitig noch die andere Taktik nutzen, die ich gerade hatte. Bevor ich jetzt hier irgendwie das so abtausche, nehme ich lieber den mit. Und den. Und jetzt haben wir es wieder ausgeglichen. Der Springer hängt noch und der hängt noch. Und ihr seht, dann hängt hier auch alles. Und das ist, ja, vielleicht sogar schon für Weiß besser. Und was ist hier die Lehre da draus? Schwarz hat jetzt hier schon Bauern mehr. Und seine Stellung ist super weiterhin. Bis auf diese taktische Idee. Der D4 hängt ja auch noch. Und ich muss mich nur um den Springer kümmern. Ich kann den noch hier einfach abtauschen. Und dann zum Beispiel diesen Springer aktivieren. Oder ihn nach hier aktivieren. Und einfach mit meinen Mehrbauern locker weiterspielen. Der B2 von allen Bauern auf dem Brett ist das der unwichtigste Bauer. Bauer ist nicht gleich Bauer. Es gibt wichtige und unwichtige Bauern. Weil mehr Bauern zu haben ist zwar schön und gut. Aber bis ich den verwerte, das kann sehr lange dauern. Und zum Beispiel so ein Bauern wie D4 ist ein sehr wichtiger Bauer. Weil es ein Zentrumsbauer ist, der die ganze Stellung zusammenhält. Und wenn ich den hier als Schwarzer gewinne, dann hat der Springer hier kein Feld mehr. Mein Turm wird aktiv. Das wäre ein sehr wichtiges. Mein Turm kann auch noch hier. Das wäre ein super wichtiger Bauer. Der B2 ist der unwichtigste Bauer auf dem ganzen Feld. Weil der ist für Weiß auch total unwichtig. Er hat ja sowieso einen Doppelbauern. Der B2 macht gar nicht. Der öffnet weder eine Linie, noch tut der Weiß weh. Und deswegen, allein schon aus dieser Überlegung, ist dieser B2 nicht sonderlich wertvoll, den hier zu gewinnen. Es folgte stattdessen, H5, Weiß macht hier weiter. Völlig ab vom Platze. Ich habe zwar immer gesagt, besser einplanen, hast gar keinen Plan. Ja, das muss man ihm hier zugute halten. Aber in so einer Stellung, hier kann man nicht angreifen. Wenn ich hier noch eine Dame hätte, wenn ich hier noch eine Dame irgendwo stehen hätte, dann könnte ich sagen, okay, ich versuche es. Aber selbst wenn hier G6 kommt, dann stellt er hier noch den Bauern ein. Ihr seht, er macht zumindest weiter. Aber dadurch stellte ich hier noch den Springer ein. Also eine Menge taktische Überseher auch. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Das war mein erster Rückblick auf den Panda Cup. Wir haben hier mal den Gewinner CESAC42 uns angeschaut. Und ihr seht, auch wenn er das Turnier gewonnen hat, das war alles nicht. Trotzdem auf diesem Niveau natürlich nicht lupenrein. Es kommen immer noch Chancen. Und deswegen hoffe ich, ihr konntet was mitnehmen. Und insbesondere glaubt an euch. Auch in Partien, wo ihr schlechter steht, es kommen immer wieder Chancen. Gegner machen immer wieder Fehler. Und bleibt konzentriert. Und insbesondere, wenn ihr Taktiktraining macht, werdet ihr immer eure Chancen bekommen. Schreibt mir bitte unter das Video, wie euch das gefallen hat. Ob ihr noch mehr von diesem Rückblick sehen wollt. Waren eine ganze Menge Leute dabei, 19 Spieler. Da habe ich noch deutlich mehr Partien. Und kann insbesondere perfekt auf euer Niveau zugeschnitten hier noch mehr lehrige Videos machen. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderbares neues Jahr schon mal. Einen guten Rutsch. Und hoffe, ihr hattet ein genauso tolles Jahr wie ich. Und freue mich riesig auf nächstes Jahr. Ich hoffe, ihr seid auch dann dabei. Bis dann. Macht's gut. Euer Schachpanda. Ciao.